Tja, was ist eigentlich Bio? Der Duden sagt, Biologie ist die Wissenschaft von der belebten Natur und den Gesetzmäßigkeiten im Ablauf des Lebens von Pflanze, Tier und Mensch. Das heißt also, Bio ist quasi ein Naturgesetz und steht für einen permanenten, nachhaltigen Kreislauf. Aber Bio ist viel mehr. Es ist ein gesetzlich geschützter Begriff. Nur Lebensmittel, die tatsächlich nach biologischen Richtlinien erzeugt wurden, dürfen sich Bio nennen. Der biologische Kreislauf beginnt für uns Biobäuerinnen und Biobauern mit dem Boden. Wir lassen die Natur für uns arbeiten. Nützlinge und organische Dünger verbessern Bodenqualität und bauen Humus auf. Verboten sind dagegen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und leicht lösliche mineralische Düngemittel. So können sie gar nicht erst das Grundwasser und den Boden belasten. Nur auf einem dauerhaft gesunden Boden können auch gesunde, robuste Pflanzen wachsen. Dafür sorgt auch die richtige Fruchtfolge von Haupt- und Zwischenfrüchten. Die Zwischenfrüchte sind die Jause fürs Bodenleben und geben dem Boden wieder Kraft. Wichtig ist auch die Förderung der Artenvielfalt, statt auf eintönige, krankheitsanfällige Monokulturen zu setzen. In unserem Kreislauf liefern ausschließlich biologisch angebaute Pflanzen das Futter für unsere artgerecht gehaltenen Tiere. Artgerecht heißt auch, Auslauf ins Freie und genügend Platz zum Leben. Nur gesunde Pflanzen und gesunde Tiere ermöglichen uns Menschen die besten Lebensmittel. Bioprodukte, die schmecken und die uns ein gutes Gewissen geben. Und Sicherheit, denn die biologische Landwirtschaft und Bio-Lebensmittel unterliegen einer strengen unabhängigen Kontrolle. Nur wenn diese bestanden wird und der gesamte Kreislauf den Bio-Richtlinien entspricht, ist ein Produkt auch wirklich Bio und muss in ganz Europa mit dem EU-Bio-Zeichen gekennzeichnet werden. Es gibt aber auch Bauern und Bäuerinnen, die noch strenger wirtschaften. So wie Demeter oder wir von Bio-Austria. Wir schauen noch genauer aufs Tierwohl und die Umwelt und dürfen unsere Produkte zusätzlich mit dem Bio-Austria-Logo kennzeichnen. Wir alle wollen, dass auch noch unsere Kinder und Kindeskinder genügend wertvolle Lebensmittel vorfinden. Es gibt viele gute Gründe für Bio-Linus. Lassen wir es uns schmecken. Bio-Austria 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 Vielen Dank.